Willkommen bei Underdog Games. Heute mal wieder an der Grenze. Wir sind ein Grenzposten und haben zu kontrollieren, dass keiner irgendwelche komischen Schmuggeldinge ins Land oder aus dem Land bringt. Ja, wir haben geschlafen in unserem wunderschönen Wohnwagen. Ich habe immer noch kleine Tiere im Ohr, weil die sind da aus dem Kopfkissen rausgekrabbelt. Es war ekelhaft, aber wir konnten wenigstens rauchen, saufen und das war in Ordnung. So, oh, warte, ein Lichtschalter. Hallo, Lichtschalter. Und der geht sogar. Die Spinnenweben hier können wir mal wegmachen. Aber wir können uns auch ein neues Haus kaufen, beziehungsweise einen neuen Wohnwagen, glaube ich. Das funktioniert alles. Und jetzt sollen wir zuallererst mal die in der letzten Folge, übrigens seht ihr in der Playlist, die in der letzten Folge Gefangenen mit dem Polizeiwagen irgendwo hinbringen. Ich hoffe, wir müssen sie nicht irgendwo erschießen oder so. Im Wald. Ich glaube es nicht, aber hier ist alles möglich. Da sind sie schon. Hallo. Du hast Alkohol geschmuggelt und du hast Kokain geschmuggelt. Hm. Mit dem Alkohol, das hätte ich gar nicht so streng gesehen. Aber okay. Bringen alle Gefangenen zur Transfer zum Polizeiauto. Okay. Jetzt die Schmuggelware. Wir hatten Kokain. Kokain da. Kokain. Kokain, 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 Kokain. Und ein bisschen Alkohol. Also das war ja wohl ein Witz. Die hätte ich vielleicht selbst gesauft, hätten wir weggeschickt. Aber Gesetz ist Gesetz. Und da können wir nicht ändern. Wenn hier nur Vodka sein darf, geht nur Vodka. Was sollen wir machen? Schmuggelware habe ich und lege sie, äh, 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 hab ich gemacht. Und jetzt, wo muss ich hingehen? Ach, da hinten. Zum Polizeiauto. Okay. Muss ich hier wieder springen oder kann man hier normal laufen? Ich komme so blöd vor, wenn ich da drüber springe. Ne, ich muss da springen. Okay. Das ist das wundervolle Polizeigarage. Hier findest du deine Polizeiautos. Sprich mit dem Mechaniker, um dein gewähltes Fahrzeug vorbereiten oder zuvor zu bereiten oder zu reparieren. Gut, ähm. Eigentlich will ich mit den Jungs losfahren hier und die Häuser ziehen. Sirene an. Okay. Wir sollen aber erst eine Schmuggelware ins Auto legen. Machen wir auch mal. Und jetzt, ah, hier ist eine, aha, okay. Und da können wir jetzt alles reinschmeißen. Ja. Sieht so aus, als wäre ich bereit. Die Axt nehme ich mal mit. Kann die wissen. Ähm, und jetzt haben wir hier das Kokain verladen. Und jetzt fahren wir damit irgendwo die Jungs abgeben. Los geht's. Tür zu. Erster Halt. Arbeitslager. Boah. Die kommen ins Arbeitslager. Ganz ehrlich. Arbeitslager. Wo sind wir? Grenzposten. Wir fahren rechts rum. Rechts rum. All zur Straße nach. Bis wir dann am Arbeitslager ankommen. Das find ich echt hart. Motor starten. Denn ich mein, der der Alkohol geschmuggelt hat. Mach dir die scheiß Musik mal aus. So. Ähm. Der der Alkohol geschmuggelt hat. Das find ich schon. Schon streng. Aber dann gut. So. Wir sollen rechts. Und gleich wieder rechts. Machen wir doch so. Genauso machen wir das. Äh. Horn. Licht. Motor. Uiuiui. Machen wir mal schnell gucken. Wenn du hubst, kommst du ins Gefängnis, mein Freund. So. Karte. Ja, wir sind hier. Wir müssen da rein. Okay. Entschuldigung. Das ist ein Gefangentransporter. Da ist es halt so. Außerdem hab ich schon einige. Das ist ein Vodka. Intus. So. Los geht's. Die Spiegel sind so dreckig. Man sieht nix. Und die Straßen sind tatsächlich ein bisschen, äh. Ja. Das ist ein Überholverbot. Das ist ja wohl klar. So. Wir können das. Los, wir haben ja eine Sirene. Ja, fahr zur Seite. Genau. Hoffentlich darf ich jetzt Sirene fahren. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo auch ins Arbeitslager muss. Wie krass. Das ist mein... Oh. Oh nein. Sieht so aus, als hätte der letzte Sturm einen Baum geworfen. Oh. Nimm die Axt aus dem Kofferraum. Und wer ist denn da nicht los? Alles klar. Axt. Okay. Gut gemacht. Zurück zum Auto. Alles klar. Und los geht's. Fühl zu. Los geht's. Ach so. Schlüssel an. Das vergesse ich mal. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Also, wir bringen die Jungs weg. Wenn die dann weg sind. Da gucken wir, was wir noch schönes anstellen können, würde ich sagen. Denn eigentlich macht mir das Kontrollieren am meisten Spaß. Die Fehler finden. Aber das wird ja auch das Hauptthema der Spielzeit, vermute ich. Hört die Sirene aus. Kommt ja keiner mehr. Hui. Hoch und runter. Die haben Respekt hier vor der Polizei. Ne? Sirene anmach. Sofort weg. Wenn ich hier manchmal sehe, wie es hier ist. Wenn die Polizei der Krankenwagen kommt, dann passiert gar nichts. Ah. Laborkamp. Labor. Labor. Camp. Kann sein, dass das Arbeitslager heißt. Das weiß ich nicht. Wir sind da. Ah, die Tür geht auf, wenn ich komme. Das ist ein Bachposten gewesen, habe ich gesehen. Gut. Jetzt habt ihr euch hier ausgelacht mit euren Drogengeschäften. Noch mehr. Okay. Das ist der Ort. Halte neben dem Tor. Gebt dem Befehl alle Gefahrenen dorthin zu transportieren. Dann geht zurück ins Fahrzeug. Alles klar. Ich lasse mal die Achse in der Hand. Du? Mach nichts. Und du? Auch nicht. Okay. Mach nichts, will ich nicht. Halte neben dem Tor. Habe ich gemacht. Und gib dem Befehl Gefangenen dorthin zu transportieren. Und gib dem Befehl alle Gefangenen. Okay, hier hin. Hallo. Überführe alle Gefangenen. Ah ja. 200. Oh, ausgezeichnet. Wir brauchen immer neue Hände zum Arbeiten. Ja, klar. Jungs. Was erwartet euch hier? Wir gucken doch mal. Ein Mann mit Gewehr. Was hat der für ein Gewehr? Kollege, zeig mal dein Gewehr. Ich will wissen, was du da hast. Oh. Also ein Jagdgewehr. So ein einschüssiges Repetier. Was auch immer. Na gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, besuch als nächstes Blasladen, um Werkzeuge zu kaufen. Denkt daran, kein Werkzeug, keine Schmuggelware. Okay. Also haben wir keine Werkzeuge, können wir nichts aufschneiden. Das heißt, wir müssen uns das auf jeden Fall mitnehmen. Steigen wieder ein. Da unten sehen wir auch den Knopf für die Karte, wenn wir fahren. Also jetzt Tab wäre hier, also hier raus. Wir fahren rechts rum. Die zweite links, dann sind wir da. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist, hier dieser Weg, der Gelbe. Aber wir werden es sehen. Gut. Motor an. Los geht die lustige Fahrt. Ich habe noch nirgendwo angedotzt, bin. Und der Hund wählt. Ja, bitte das Tor auf. Hallo. Danke. Hat mich nicht gesehen auf dem Wachtturm, der dachte, da ist niemand. Ja, dann drive'n wir mal hier los. Jetzt freue ich so von Dings, die Musik. Driving home for Christmas. Di, 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 di. Entschuldigung. Ich muss hier. Oh, Achtung. Gibt's hier Echo. Schall. Ja, ja, fett. Oh, jetzt geht die Wand gefahren. Wir fahren alle wegen mir vor Schreck gegen die Wand. Ja, boom. So ist das richtig. Die zweite muss ich links. Das ist die erste links. Das heißt wohl so eine Art Feldweg. Gut. Und die zweite Straße. Vielleicht ist gar nicht schlecht. Können wir auch einen Multiplayer spielen, finde ich. Wenn es einen Multiplayer hätte. Denn. Ey, ich hab Sirene an. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Gasthaus zum betrunkenen Bären. Jetzt hören wir wenigstens besser und wir sehen besser. Also. Das Fahrzeug geht auch kaputt. Wer hätte das gedacht? Deswegen brauchen wir auch den Mechaniker, dass wenn wir hier besoffen gegen den Baum fahren, dass er uns das Auto repariert. Hier ist Vlad's Laden. Ja, sehr gut. Und aussteigen bitte. Sieht original aus wie früher. Okay. Machen wir mal das Ding aus. Lichte an, Sirene aus. Gut. Aha. Das bedeutet, du bist der neue Kommandeur an der Grenze. Mein Name ist Vladimir Nimchuk. Aber man nennt mich Vlad. Ich verkaufe zuverlässige Werkzeuge, Waffen und Munition. Ich hoffe, du bekommst besser klar als Rosnikov. 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 Weißt du. Okay. Rosnikov ist nicht mehr da. Ich bin hier der neue Chef. Du gibst mir deinen Sack. Was hast du alles? Du hast Schusswaffen. Eine Pistole. 250. Wie viel Geld habe ich? 500. Was muss ich denn eigentlich kaufen? Was ist denn wichtig? Messer haben wir? Spaten. Ich will keine Spaten. Ich will eine Pistole. Ich hätte gerne eine Pistole. Schrotflinte. Ich hätte gerne eine Pistole. Munition dafür. Yeah. Ladies and gentlemen. Ja. Der letzte Halt. Die Polizeistation. Hier übergebe ich es zu Schmuggelwahl. Alles klar. Also haben wir jetzt hier Gas gekauft. Munition für Schrotflinte. Nein. Munition für das Maschinengewehr. Auch nicht. Das ist voll übertrieben. Maschinengewehr. Brauche ich denn Maschinengewehr? Ich bin ein Grenzpolizist. Ich bin hier kein... So. Skalpell. Küchenmesser. Kampfmesser. Ich weiß jetzt nicht. Ein Schnappmesser. Also. Ich vermute, dass wir mit verschiedenen Geräten verschiedene Sachen aus... schneiden, abschneiden können. Aber Eichsterhammer. Ein Eispickel. Habe ich noch keinen. Messer habe ich. Skalpell. Will auch wie ein Messer sein. Küchenmesser. Zweig. Stiel. Gasrohr sind alles Schlagwaffen. Dafür haben wir eigentlich den hier. Das heißt, ich nehme mal noch mit... eine Schaufel. Spaten. Oder eine Schaufel. Eine billige Schaufel. Schnappen wir uns. Und wir haben eigentlich eine Mistgabel. Deswegen brauchen wir auch keinen Dreizack. Jetzt haben wir von jeder Sorte, glaube ich, etwas. Inklusive einer Pistole. Mit der wir können machen große Löcher. Oh. Ich habe schon Shooter gespielt, die schlechter sind. Was das angeht. Also von daher. Gut. Einsteigen. Tür zu. Pistole weg. Messer raus. Ja, genau. Und wir gucken mal auf die Karte. Polizei. Wir sind jetzt einfach die ganze Karte gefangen. Also. Den Feldweg folgen. Rechts. Rechts. So. Ich bin hier in göttliche Mission unterwegs. Macht euch aus dem Weg. Wir gucken nochmal. Fuck. Wir fahren in die falsche Richtung. In den falschen Weg. So. Einmal auf der Straße bitte umdrehen. Ja. Und los geht's. Ins Vergnügen. Oh, der ist gegen den. Der ist dagegen gefahren. Wegen mir. Bedeutet jetzt hier lang, ne? Mal Karte gucken. Ja. Karte aus. Rechts. Wenn es nicht mehr weiter geht. Rechts. Okay. Und Gas. 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 Also ich war nie so Feuerwehr-polizei-spezifisch unterwegs. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, uh, bin ich jetzt richtig? Ja. Also was Spiele angeht. Ich habe noch nie wirklich jetzt irgendwie Polizeisimulator oder Feuerwehr-Dings gespielt. Ich habe mal eine ganze Zeit lang, habe ich da, ähm, da gab es sowas wie so ein Rettungsspiel. Das habe ich mal eine ganze Zeit lang gespielt. Aber, ah, Gutes tun. Ich tue schon so viel Gutes im echten Leben. Da muss ich jetzt im Spiel nicht auch noch hier die Welt retten. So, wenn es nicht mehr weiter geht. Rechts rum. Halt an. Danke. Hui, ui, ui. Und der Lenkeinschlag, der macht ja, ist auch ziemlich gering. Das ist die Polizeistöne. Ich bringe euch Kokain. Guten Tag. Okay, können wir ausmachen. Das sind alles Polizisten, die wissen, wie es läuft. In Ordnung. Rede mit Offizier, wem auch immer. Da ist er. Ja, der hat auch einen harten Job. Oh, endlich. Ich dachte, du wirst nie kommen. Mein Name ist Nabokov. Nabokov. Und ich bin der Leiter dieses Lagers. Denke daran, dass illegaler Waren nur an mich gehen. Denke nicht immer daran, sie schwarz zu verkaufen. Okay, also. Okay, was mache ich jetzt? Ich sage Hallo und dann gebe ich dir das Zeug, oder was? Okay. Steige ins Fahrzeug und fahrt zurück zur Grenzpfosten. Yeah, endlich kann ich das machen, was ich am liebsten mache. Grenzpolizist sein. Tür zu vielleicht. Danke. So, raus hier aus der Polizei. Fuck. Ich meine natürlich Mist. Raus aus der Polizeistation. Licht anschalten. Wo ist das Licht? Aha. Ja, die sammeln hier den Scheiß, ne? Klar. Einer muss es ja sammeln. Raus, rum und dann rechts. Die Karte sieht riesig aus. Ist aber so gesehen gar nicht groß. Das ist so ein kleiner, kleiner Nebenauftrag. Ich fände es cool, wenn man das automatisch erledigen lassen könnte. Wenn man sich ja Hilfen kaufen könnte, die das machen, denn ich bräuchte es nicht. Ich muss jetzt hier nicht rumeiern und hier einen auf gefangenen Transport machen. Dankeschön. Aber, ähm, wir werden sehen, wie oft das vorkommt. So, einmal, ui, 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 beinahe, wäre ich im Drift gewesen. Oh, 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 uff, 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 uff. Fünfzig, wie schnell fahren wir? Bisschen schneller. So, und das Auto stellen wir jetzt wohin? Ah, herzlichen Glückwunsch. Das heute gut gemacht. Das heute gut. Wie du siehst, beschränkt sich deine Arbeit nicht darauf, ständig auf der Station zu sitzen. Ja, aber ich würde gerne auf der Station sitzen. Ganz ehrlich. Wäre mir viel lieber. So, hier, das habe ich kaputt gemacht. Das kannst du vielleicht gegen Tausch von Zigaretten mal hier wieder ganz machen. Wie wäre das? Das ist der Nacht, der Wachtmeister, der Nachtmeister. Mit dem soll ich reden, um uns zu reparieren. Egal. So, drüber, über die Rüben. Geht nicht. Sehr nervig. So. Und das war's. Ich soll schlafen gehen. Krass. Okay, das war die Polizei-Überführungsfolge. Wir haben alles weggebracht. Wir haben gekaufte Elemente, Eigentumspflege. Das verstehe ich immer nicht dreimal. Was soll das? Mitarbeitervergütung. Welchen Mitarbeiter haben wir denn da gekauft? Wieso muss ich denn den bezahlen? Er spart das 300. Das heißt, wenn wir kein Geld verdienen, dann legen wir jemanden drauf. Also, wenn wir keine Leute verknacken, dann kriegen wir auf den Sack, weil wir Minus machen. Steht auf, wir haben einen weiteren arbeitsreichen Tag an der Grenze. Jawohl. Heute wird es so mit dem Fahrer zu tun haben. Mach weiter und winke die erste Person heraus. Ja, das machen wir. Gibt es hier irgendwelche neuen Sachen? Ja. Oh, immer erst mal aufs Zettelchen gucken hier. Danke. Danke. Einreisebestimmung. Frachtbrief. Raus damit. So. Schmuggler. Unsere Dienste belauschen ein Telefongespräch, dank dem wir konkrete Informationen über einen anderen Schmuggler erhielten. Nationalität, Republik, Kagastam. Jetzt ist die Sache. Wenn einer aus Kagastam kommt, dann könnte es ein Schmuggler sein. Jetzt kommt da zehn Stück. Das sind doch nicht alle Schmuggler. Wir werden sehen. Genau, bitte vorfahren. Stopp. Halt, halt. Ah, düd, düd. Gut. Motor aus. Alle Fahrer, die Fracht transportieren, müssen ein gültiges Transportdokument haben. Prüfe seine Dokumente. Guten Tag. Guten Tag, habe ich gesagt. Achso. Entschuldigung. Danke. Dokumente. Wir gucken in die Dokumente. Ah, jetzt ist das neu hier. Kontrollbericht. Kann man einen ausschalten. Gut. Wir fangen bei der Person an, bevor wir uns hier verzetteln. Name. Matje Goslov. Matje Goslov. Wenn ich es falsch ausspreche, entschuldigt, aber es fällt mir schon schwer. Ich bin dran. Haltbarkeitsdatum. Gültig bis 1. August. Das ist noch in Ordnung. Passnummer. T4L45HH1. Passt. Und dann noch das Foto. Der sieht, ja, sieht aus. Ich gucke nochmal. Das ist er. Okay. Das ist in Ordnung. Frachtbrief. Ich bitte ihn mal auszusteigen, denn... Achso, macht nichts. Okay. Kann ich schon die Waffe wegnehmen? Vielleicht macht das die Leute auch ein bisschen unruhig, ne? Also, ich tue mal zumindest hier so. Dann kann ich das wählen und dann habe ich schon hier... Okay, alles klar. So. Der beste Weg, ein Dokument mit dem tatsächlichen Frachtzustand zu vergleichen, ist mithilfe des Frachtbuchs. Nimm es vom Tisch. Frachtbuch. Okay. Wir liegen auf der Werkzeuge wiederum. Cool. So, Frachtbuch haben wir. Gucken wir uns das an. Verwende nun ein Buch, um die gesamte Ladung aus dem Fahrzeug zu zählen. Halte linke Maustaste. Drücke rechte Maustaste, um deine Notiz zu sehen. Ah. Was wir also abgezählt haben, ist schon grün. Hamba, Hamba. Hamba. Was ist das? Reinigungsmittel. Säcke mit Zement. Sechs Stück. So. Super. Jetzt kannst du ganz einfach das Frachtbuch mit dem Frachtbuch überprüfen. Überprüfe die anderen Daten, lass den Fahrer durch die Weiß... Was? Lass den Fahrer durch die Weißen zurück und winkel den nächsten heraus. Okay, jetzt gucken wir erstmal. Ich bin ein bisschen jetzt hier, äh, der hat mich jetzt hier... So. Wo kommt der denn her? Der kommt nicht aus Karkastan. Okay, alles klar. So, was haben wir denn? Gasherd, drei Stück, richtig. Zement, zehn Stück, richtig. Toiletten, zwei Stück. Mein Freund. Du hast nur eine Toilette dabei. Wo ist die andere? Okay, das gibt ein Verfahren, sag ich, da kommst du in den Knast ins Arbeitslager. Ähm, Toilette, eine. Reinigungsmittel, eins. Aber Toiletten soll er zwei haben, das ist falsch. Reinigungsmittel, eins. Benzinfass, eins. Und der hat Kühlschränke, zwei. Das stimmt soweit alles. Es fehlt eine Kloschüssel. Auch wenn die überdimensional ist, weil wer will darauf kacken, dann muss er ein ganzes Pferd draufsetzen, so groß. Die ist sogar angeschlossen. Guck mal, wie krass. Ja, mein Freund. Die anderen Daten sind zwar in Ordnung, aber du hast leider ein Klo zu wenig. Was machen wir jetzt? Also, ich sag mal so. Es gibt ein Problem, ne? Ich kann die nicht rausholen. Ich kann nochmal aufs Auto gehen, gucken, ob da was das Schmuggeltes ist. Irgendwas Geschmuggeltes drin. Nö, nö, nö. Nö. Okay, okay, die Reifen sind in Ordnung. Hier ist nichts versteckt. Was war das? Was klingt da? Wollen wir mal hoch. Ne, da ist nichts. Das ist nur ein Schatten oder ein Lichteffekt. Gut. Mein Freund, es tut mir leid. Du musst zurück. Du hast ein Klo vergessen. Vielleicht. Vielleicht. Sag ich mal. Es ist ja ganz gut für dich. Ja, tut mir leid, ich brauche es nicht zu meckern. Hau ab, ich will Geld. Mach dich fad. So, und? Nicht mir fehlt das Klo. Dir. Ach, Leck. Doch, die Katze. Ich muss jetzt. Ach. Leute. Jetzt im Ernst. Ich hätte es im Kontrollbericht markieren müssen. Ehrlich. Also. Oh. Was soll ich denn noch alles machen? Oh, der hat schon Drogen dabei. Das sehe ich jetzt schon. Ganz klar. Hallo. Die Dokumente. Dankeschön. Gucken wir da mal die Dokumente rein. Wieder ein Fahrtenbuch aus. Da geht es. Langsam ein bisschen viel, Leute. Ich interagiere mit jedem Ladungs-Element. Ich drücke E, um die Ladung auszupacken. Auszupacken. Langsam werde ich ein bisschen hier überfordert. Aber gut. Also. Fangen wir an mit dem, was wir können. Wieso haben wir keinen Ausweis? Frachtbrief. Warum? Aha. Reisepass. Er hat einen Reisepass. Er kommt aus Karkastam. Das könnte schon mein Kollege sein, der hier gesucht wird. Das hier. Ron Radiani. Okay. Ist ja klar, wir müssen anklicken, was falsch ist. Denn wenn wir es nicht anklicken, dann weiß der Computer nicht, ob wir es gemerkt haben. Sonst haben wir die Lotto. Ist richtig, ist falsch, ist richtig, ist falsch. Das kann ja jeder dann, ne? Okay, habe ich kapiert. Guilty bis 23. Dezember 81. Das ist noch nicht passiert. In Ordnung. Pass Nummer Püsi. 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 Y L M C. Das ist auch in Ordnung. Dein Gesicht. Wir gucken mal nach deinem Gesicht. Das bist du. Und jetzt als nächstes oder als letztes brauchen wir natürlich noch den Frachtbrief. Den Frachtbrief haben wir bekommen. Der ist hier. Dann machen wir die Hütte auf. Lade aus, lade aus. Lade aus, lade aus. Aber ich kann auch markieren. Das war's. Die ganze Ladung ist bereits auf den Tischen. Jetzt kannst du zählen oder noch schmuggeln aus. Alles klar. Gut. Wo ist es? Da drüben. Ich bin ein bisschen verpeilt. Merkt ihr es? Ich bin heute ein bisschen... So, also. Zementsecke haben wir. Was ist das? Chemische Erzeugnis 2. Die Herde haben wir. Diese Kiste. Drei Stück. Käse. Und das Klo. Das bedeutet, wir haben alles gezählt. Und jetzt muss ich noch mal kurz dieses Brett weglegen. Das muss ich mal umlegen. Das darf da nicht drauf sein. Das muss ich mal auf den Knopf da... So, ich musste gerade mal den Knopf für das Frachtbuch umlegen. Das war ein bisschen unglücklich. Und jetzt können wir gucken. Also, Frachtbuch auf. Und mein Zettel auf. So, wir haben auf jeden Fall... Lebenszettel, Käsekisten, chemische Produkte. Okay, fange ich hier an abzuchecken. Käsekisten, drei. Check. Chemische Erzeugnisse, zwei. Check. Gasherd, drei. Zement, fünf. Toilette, eine. Alles in Ordnung. Das bedeutet, das ist in Ordnung. Haltbarkeitsatum ist in Ordnung. Passnummer ist in Ordnung. Foto ist in Ordnung. Frachtbrief ist in Ordnung. Es ist alles okay. Theoretisch können wir ihn fahren lassen. Wäre da nicht... Dieses Zettelchen. Da ist es, Leute. Es könnte sein, dass dieser Mann, der nachgewiesen daherkommt, unser Schmuggler ist. Also, checken wir mal die Hütte ganz genau ab. Nix. Wir suchen nach Schmuggelware. Welche sich in diesem Fahrzeug verstecken könnte. Ich würde mich gleich sehen. Da stapeln sich die Leute am Zaun hinten. Ähm. Ja, ich muss gucken. Tut mir leid. Nee. Der ist clean. Alles klar, Kollege. Du darfst fahren. Alles gut bei dir. Nichts. Kann ich jetzt weiterschicken. Achso. Ich muss in der Ladung sagen. Alles ist in Ordnung. Okay. Kontrollbericht. Entschuldigung. Und, äh. Noch nichts. Ja, was soll ich denn? Kann ich jetzt nicht irgendwie wieder... Das war's. Die ganze Ladung war auf dem Tisch. Das haben wir ja gemacht. Können wir die Ladung wieder einladen? Oder was sollen wir jetzt machen? Ich habe alles untersucht. Ich bin fertig. Hier ist nichts. Es gibt hier keine... Leck mich an der Tasche. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Gut gemacht. Du hast die Schmuggler gefunden. Du hast die Schmuggler verhaftet. Super. Ich hätte ihn weitergeschickt. Ich hätte ihn abgeschickt. Scheiße. So. Ab geht's mit dir. In den Knast, mein Freund. Okay. Habe ich schon gleich gewusst, dass du ein Schmuggler. Ich habe es ja vermutet. Aber ich habe im Auto nichts gefunden. Die Ware war clean. Beim nächsten Mal, wenn ihr was auf dem Tisch steht, wo wir wissen, dass was drin ist, müssen wir mal gucken, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, ob es dann auch zu sehen ist. Oder wenn ich das Brett in der Hand habe und die Lampe an ist. Das muss man mal sehen. Okay. Gut. Das heißt, ich muss jetzt hier Bescheid sagen. Bitte park mir das Auto weg. Ja, du musst jetzt den ganzen Scheiß wegräumen. Okay. Der freut sich auch darüber. In Ordnung. Nächstes Auto, bitte. Der Schmuggler ist rausgezogen. Was war das nochmal gewesen? Achso, Frachtbrief brauchen wir. Ja. Okay. Wenn der Frachtbrief nicht stimmt, muss ich ankreuzen. Das ist ja nicht in Ordnung. Das ist ganz wichtig. Das war ja mein Fehler vorhin. Deswegen habe ich ja kein Geld gekriegt und auf den Deckel bekommen. Das freut mich natürlich nicht. Guten Tag. Ah, Dokumente. So. Ich trete immer ein bisschen zurück hier. Ich gehe mal so hin. Das macht die Polizei ja auch so. Die stehen ja auch so. Was ist da hinten drin? Eine Kuh. Die Polizei macht das ja auch so. Die stellt sich ja auch so von hinten dran, dass man schön sehen kann, was los ist. Also. Mario. Twali. Stimmt. Y-U-5-L-C-V-N-C. Stimmt auch. 6. Mai 81 ist in Ordnung. Und er ist Besuch. Okay. Aus Rali kommt er. Und er hat dabei eine Kuh. Gut. Also ich meine Kuh. Ist ja jetzt hier kein Verbrechen. Wenn es dabei bleibt. Ja. Gesicht sieht aus wie der Dame. Wie dieser Serienmörder. Ja. Passt. Die Kuh. Die gucken wir uns immer genau an. Hallo Kuh. Hol mal den Frachtbrief raus. Gucken wir mal was der Frachtbrief ist. Wo ist denn der scheiß Frachtbrief da? So. Lade mal die Kuh aus. Oh wie klein. Wie süß. Jetzt leuchte mal hier das Auto ab. Ne. Da ist nix. Läuchte mal hier vorne ab. Ja. Steig aus. Ich komme die Leute nicht mehr so nah. Ist auch nix. Handschuhfach hat er keins. Geil. Das ist ja mal Tourenbrett. Sieht ja cool aus. Das kann man nix sagen. Gut. Am Dach ist auch nix. Boah. Ist das hell. Schleuchten wir nochmal die Kuh. Auch nix. Okay. Die Kuh ist clean. Ich würde sagen. Er ist in Ordnung. Er darf zurück zum Fahrzeug gehen. Und hier das checken. Wir sagen. Wie war das jetzt noch gleich? Kontrollbericht. 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 Du darfst weiterfahren. Sag ich dir jetzt. So. Tür zu. Mit dir reden. Nichts machen. Inspektion ist beendet. Ah. Du musst die Fracht ans Fahrzeug zurückgeben. Vielleicht mit dem Buch in der Hand. Wie mache ich das? Ah. Ich muss die Kuh erst mal zählen. Ah. Okay. Kuh ist gezählt. Du musst die Fracht ans Fahrzeug zurückgeben. Wie mache ich das? Hier ist eine Kuh. Das weiß ich. Aber wie gebe ich die Kuh zurück? Er hier? Fracht zurückgeben. Haha. Der räumt die Fracht wieder ein. Gut. Sein Job. Er hat die Kuh eingeladen. Einer muss sich hier die Kuh verladen. Alles zumachen. Gute Fahrt. Und genehmigt. Ja. Auch wieder. Aber wenn der nicht so lieb guckt, der guckt so ein bisschen angepisst. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe, zu gucken, wie derjenige guckt. Perfekt. Inspektion. Okay. Puh. Puh. Aber jetzt ist das ganz schön lang. Hey. Hey. Gucken wir nochmal hier. Es ist schon halb neun. Es wird dunkel. Letztes Auto. Letzt. Nummer 40 FF 1 H 4 N. Das stimmt auch. Und ist bis zum 21. Mai gültig. Passt alles. Transit. Ist mir völlig Jacke. Das Bild ist in Ordnung. Wir checken die Fracht. Gucken wir mal da hinten rein. Du verschwindest nur meine Zeit. Das ist ja okay. Aber wie du schon sagst. Ist ja deine Zeit. So. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Erstmal schreiben wir alles auf. So. Jetzt gucken wir mal. Ohne Buch. Denn wenn es ohne Buch zu sehen ist. Mit Buch nicht. Dann ist es natürlich ein Druckschluss. Dann darf man nicht mit dem Buch die Sachen checken. Okay. Gut. Also da muss ich jetzt sagen. Ich kann nichts erkennen. Außenrum. Vornrum. Hin und rum. Überall gecheckt. Im Ersatzrat ist auch nichts drin. Gut. Im Dings war nichts in der Plane. Jetzt gucke ich nochmal bei dir rein. Kollege. Machen wir die Haube auf. Einfach drücken. Dann geht man so ein Stückchen hoch. Muss nicht so rumspringen. Versuchen draufzupfen. Sondern man geht automatisch so ein Stückchen hoch. Hier ist nichts komisches. Und hier im Innenraum. Dach, Himmel, Sitze. Alles clean, mein Freund. Okay. Er hat nichts dabei, der Kollege. Gut. Die Kuh ist zurück. Ich rede mit dir. Zum Fahrzeug zurück. Steig ein. Darfst abfahren. Ich hoffe, ich habe richtig entschieden. Aber es ist soweit alles richtig. Also ich kann jetzt hier nichts feststellen, dass es irgendwie schlangig wäre. Okay, alles zumachen. Fracht wieder ins Auto bringen. Hier, du machst das bitte. Danke. Und jetzt schicke ich ihn ab. Hoffentlich. Hoffentlich brauche ich mal Geld, Leute. Ich kann nicht immer Geld drauslegen. So. Jetzt hält den Päschchen Kokain aus dem Auto raus. Plutsch. Würde ich ja laut lachen. Und? Ungültige Einreise. Wieso denn ungültige... Ach, du Scheiß. Die Fässer. Ha, ha. Ich bin völlig ungeeignet als Grenzpolizist. Ich bin völlig ungeeignet. Okay, ich habe aber noch Zigaretten einsteckend. Die Schmuggelwache, die muss ich auch mal weggeben. Ich habe gerade gemerkt, bevor ich in den Knast komme. Vielleicht sollte ich einfach das Geld, die Sachen einstecken. Wenn mir das nächste Mal ein Geld bietet, mache ich hier einen auf... ...auf Dings. Na gut, ich muss schlafen gehen. Man sieht, ich bin nicht konzentriert. Ich lege mich in meinen wunderschönen Wohnwagen. Ich habe hier 128 Grumpel noch. Äh, ich bin im Arsch. Ja, also, das war die zweite Folge von, ähm, äh, 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 Grenzpatrouillen-Control, äh, äh, was auch immer. Ja, ich bin ein bisschen angepisst, dass ich alles falsch mache. Wieso bin ich so schlecht? Ist es meine Konzentration? Ist es mein Gehirn? Was ist das Problem? Geht es euch auch so? Habt ihr auch so Schwierigkeiten? Oder liegt es an mir? Vielleicht sollte ich weniger reden. Vielleicht sollte ich einfach auch, mich einfach in meinen dreckigen Wohnwagen legen, schlafen. Und morgen mit der wunderschönen I love Akrakistan Boxershots aufstehen. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer, in diesem Fall, es ist eine große Portion Spaß und Humor dabei. Und jetzt gehe ich schlafen. Ciao, ciao.